Die englische Woche startet, es geht los, 16. Spieltag in der 2. Bundesliga. Heute gibt es mal wieder meine Prognose. Passend zum Neuanfang, den es ja jetzt bei unserem FC Hansel gibt, habe ich hier auch mal was Neues, Altes ausgepackt. Das Trikot dürftet ihr eventuell noch kennen. Ja, geiler Sponsor und jetzt gibt es nochmal extra geile Tipps, hoffe ich. Letzte Woche, ich gucke hier einmal ganz kurz rein, sah es eigentlich, ja sogar relativ gut aus. Zwei Ergebnisse komplett richtig. Einmal das Hamburg-Spiel und das Düsseldorf-Spiel. Also was ist bei mir los, das weiß ich auch nicht. Und dann die Tendenz von Darmstadt-Hannover, auch soweit richtig. Schreibt immer gerne eure Tipps in die Kommentare und Meinungen zu den jeweiligen Partien. Die erste wird jetzt schon am Dienstag stattfinden, Pauli gegen Holstein Kiel. Die können sich ja auch gar nicht so wirklich leiden. Die Kieler haben 4 zu 1 in Karlsruhe gewonnen letzte Woche. Also das ist schon beachtlich. Sind auch so wirklich gut dabei. Ist eine gute Truppe. Und wir denken ja heute mal an einen Auswärtssieg für die Kieler, für die Störche 1 zu 2. Die nächste Partie lautet Paderborn gegen Bielefeld. Ist es das Ostwestfalen-Derby? Die Bielefelder sehen das, denke ich, nicht so. Bei Paderborn weiß ich es nicht. Auf jeden Fall muss man sagen, letzte Woche Paderborn 3 zu 0 verloren gegen Heidenheim. Schon irgendwie kurios. Da seht ihr, was in der 2. Liga alles möglich ist. Die verrücktesten Ergebnisse hast du da. Und Bielefeld 2 zu 3 Niederlage gegen Kaiserslautern. Da muss man sagen, sie sind gut zurückgekommen. Richtig stark. Und dann haben sie doch wieder so einen Dämpfer auf den Sack bekommen. Würde mich jetzt hier einfach für ein 3 zu 1 Heimerfolg für die Paderborner entscheiden. Bin mir da nicht so sicher. Könnte auch ein bisschen spannender sein. Aber Paderborn ist halt doch zu Hause und spielen da nochmal ein bisschen besser. Hannover 96 empfängt Fortuna Düsseldorf. Beide Mannschaften eigentlich im Hoch. Auch wenn Hannover zuletzt verloren hat. Gut, es war gegen Darmstadt. Da kann man das, denke ich, noch so akzeptieren. Fortuna Düsseldorf wieder wirklich souverän das Ding nach Hause gebracht gegen Pauli. Hier treffen meiner Meinung nach zwei gleichstarke Teams aufeinander, wo alles passieren kann. Und deshalb entscheide ich mich für ein trockenes, torreiches 2 zu 2. Oh, das könnte jetzt sehr interessant werden. Zwei Rivalen treffen aufeinander. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den KSC. Beim KSC läuft es in letzter Zeit so gar nicht. Warum, wieso, weshalb, kann ich auch nicht wirklich erklären. Ihr werdet es eventuell besser wissen. Aber genau das Gegenteil ist bei Kaiserslautern der Fall. Es läuft wie am Fließband jetzt zuletzt. Ich habe es schon gesagt, dieser enorm wichtige Sieg auch noch in Bielefeld. Sind irgendwie nochmal zurückgekommen. Selbst so ein Rückschlag von der Führung weggegeben. 2 zu 2. Ja, lässt sie irgendwie nicht unterkriegen und sie gewinnt das Ding am Ende noch. Das muss man sagen. Alle Achtung. Und genau aus diesem Grund, weil ich auch von der Form her so ein bisschen denke, dass Kaiserslautern da schon mehr zu sagen hat. Aktuell entscheide ich mich für ein 2-1 Heimsieg. Als nächstes haben wir Greuterfeld gegen den HSV. Hier ist einiges möglich. Zuallererst hätte ich gesagt, das wird der HSV easy machen. Ganz locker leicht. Aber denkst du dir, die Vierter sind unten aus dem Keller rausgekommen. Haben jetzt zuletzt auch gegen Braunschweig überzeugen können. Und fahren so langsam die Punkte ein. Traumtor muss man auch noch sagen. Fallrückzieher Sieb. Respekt. Jetzt gegen die Hamburger wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ein wenig knapper und torreicher. 3 zu 2 wird sich der HSV durchsetzen. Die sind auswärts halt unschlagbar bisher. Und laut meinem Tipp bleibt es auch erstmal dabei. Sathausen gegen Heidenheim. Das Duell der Duelle findet hier statt. Muss man so sagen. Die einen eher unten in der Tabelle. Die anderen oben. Und auch sehr überzeugend. 3 zu 0 gewonnen gegen Paderborn. Also Heidenheim. Respekt. Auswärts sehe ich sie doch immer mal ein bisschen mehr schwächeln. Und Sathausen kämpft auch zu Hause ein bisschen mehr. Die haben jetzt den ersten Auswärtssieg natürlich gegen uns eingefahren in der Saison. Aber dennoch entscheide ich mich hier für ein 2 zu 0 Auswärtserfolg der Heidenheimer. Regensburg gegen Braunschweig. Hier ist das Ganze auch wieder ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Regensburg gegen Hamburg sich gar nicht so schlecht präsentiert. Davor auch diese Heimniederlage. 3 zu 0 gegen unseren FC Hansa. Zwei Niederlagen am Stück. Braunschweig hat jetzt auch das erste Mal wieder seit 8 Spielen oder sowas verloren gegen Greuther Fürth. Könnte 0-0 Nummer werden. Aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass Braunschweig 1 zu 0 am Ende gewinnen wird. Vorletztes Spiel. Und dann kommen wir zu unserem FC Hansa. Magdeburg trifft auf Darmstadt 98. Was war das für ein Ergebnis in Nürnberg? Dicker Respekt. Gut, das eine Tor haben sie sich selber eingeschenkt. Aber am Ende sind sie stabil geblieben und haben tatsächlich den zweiten Auswärtssieg in Folge eingefahren. Jetzt gegen Darmstadt 98 wird es extrem schwer. Der Tabellenführer kommt und es kann durchaus eine Niederlage geben. Darmstadt ist so gut in Form. Aber die Magdeburger haben die Fans im Rücken. Und deshalb gehe ich hier von einer kleinen Überraschung aus. In Anführungszeichen. Ich glaube, jeder denkt, dass Darmstadt gewinnt. Wenn man realistisch rangeht, könnte es auch der Fall sein. Aber ich gehe hier einfach mal auf eine 1-1. Und jetzt sind wir bei unserem FC Hansa angelangt. Ihr habt es alle mitbekommen. Wahrscheinlich auch schon meine Videos gesehen. Meine Meinung. Und ich will da jetzt auch gar nicht so viel noch zu sagen. Außer neuer Trainer, neues Glück. Lassen wir uns einfach überraschen, was da jetzt geht. Die Nürnberger sind, würde ich sagen, genauso angeschlagen wie wir. Mit ihrem neuen Trainerweinziel läuft es noch nicht so wirklich rund. Sie schießen keine Tore. Haben jetzt zuletzt auch gegen Magdeburg verloren. Das eine Tor, was sie erzielt haben, haben sie gar nicht selber geschossen. Denn das war ein Eigentor. Das war ja der größte Patzer überhaupt vom Keeper. Ich bin vor allem darauf gespannt, wie die Ausstellung aussehen wird. Vielleicht geht er direkt auch auf die ganzen Neuzugänge, die wir im Sommer geholt haben. Lee, Till. Ich lasse mich überraschen. Bisschen mehr Kreativität schadet ja nicht. Und das, was man sagen muss. Drei Heimspiele ohne Tor wird mal Zeit, dass jetzt hier mal wieder getroffen wird. Also so viel, wie man jetzt auch über den Trainer geredet hat. Ich habe viele positive Stimmen gehört, aber auch sehr, sehr viele negative. Das Einzige, was zählt, ist der Erfolg für unseren FC Hansa. Und wenn Pico und Co. der Meinung sind, dass das der richtige Trainer ist, dann müssen wir jetzt erstmal Vertrauen schenken und aufs Beste hoffen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, ich habe gar keine Ahnung vom Spielergebnis, wie es laufen wird, wie die Mannschaft auftreten wird, ob sie motiviert sind. Man sagt ja immer, ein Trainer-Effekt kann schon was bewirken, jetzt direkt, weil jeder nochmal 150% gibt. Eigentlich muss man das auch so oder so im Leistungssport machen. Aber ja, ist halt ein neuer Trainer da, dann willst du auch dich irgendwie beweisen und in die Startelf kommen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es so einen kleinen Leistungsschub geben könnte. Es kann aber auch ganz anders sein, weil Wunder kann man nicht direkt bewirken oder vielleicht doch, keine Ahnung. Oh Mann, was sage ich jetzt? Auf jeden Fall, dass Verlieren verboten ist. Nürnberg auf 17, zwei Punkte weniger. Wenn sie gewinnen sollten, ziehen sie an uns vorbei. Und das ist halt das, wo ich sagen muss, wenigstens ein Punkt. Wenigstens ein Punkt und nicht verlieren. Also mehr kann ich nicht sagen. Deswegen entscheide ich mich jetzt hier auch für ein 1 zu 1 am Ende. Wie seht ihr das Ganze? Lasst es mich wissen. Ja, das heißt, wir schießen ein Tor auf jeden Fall mal wieder im Oste-Stadion. Können endlich wieder die Torhymne hören. Und der Rest wird sich dann zeigen. Am Mittwochabend. Wir sind wieder da. Wir sind im Stadion. Und ja, geben jedem Trainer eine Chance. So würde die Tabelle nach meinen Tipps ausschauen. Es hat sich was getan an der Spitze. Und zwar ist jetzt der HSV auf Platz 1, auf 2 Darmstadt, auf 3 Heidenheim. Oha, die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber die kommen da jetzt tatsächlich hoch. Durch den Sieg auch gegen den direkten Konkurrenten Paderborn. Die sind auf 4. Dann haben wir jetzt Düsseldorf auf 5, auf 6. Und Kaiserslautern als Aussteiger. Ist das schon wirklich eine richtig, richtig gute Leistung. Auf 7 haben wir Holstein Kiel. Dann auf 8 Hannover. Die fallen ein bisschen runter. Braunschweig auf Platz 9 in der oberen Tabellenhälfte. Wir wären auf dem gesicherten 10. Platz. Also mit 18 Zählern kann man da, denke ich, erstmal ganz gut mit aufbauen. Und dann schauen, was am letzten Spieltag vor der Winterpause gegen Braunschweig noch so möglich ist. Magdeburg auf 11. Auch, wow, wirklich gut da unten weggekommen. Dann haben wir Regensburg auf 12, auf 13 den KSC. Gräuterfürth auf 14. Sandhausen auf 15. Den Relegationsplatz belegt Nürnberg mit 16 Zählern. Aber wenn ihr das Ganze seht, wie eng das ist. Ein Sieg und du bist da unten raus erstmal. Auf 17 Pauli. Also erstes Mal auf dem direkten Abstiegsplatz. Und auf dem 18. weiterhin Arminia Bielefeld. Also Leute, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für jeden Daumen nach oben. Immer sehr, sehr wichtig. Kommentar, was ihr zu dem Ganzen denkt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich mit, ja, positivem Ergebnis, mit neuen Impulsen zum Heimsieg. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Und frischem alten Trikot. Ich weiß, es sind nicht die Hansa-Farben, aber einfach mal was Neues. Und jetzt würde ich sagen, macht's gut, bleibt stabil. Wir sehen uns im Stadion eventuell. Haut rein und bis zum nächsten Mal.